Ja, Lugati, Arabiyyatun Hasbi, bianneki wa kunteki wa maya Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan, abiduhu wa rasuluh, thumma, amma, bat Wir fahren fort insha'Allah ta'ala mit unserem Ramadan-Special Und es ist so wichtig, dass wir die Worte Allah azzawajal ständig hören Und die Worte seines geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Damit wir unsere Herzen reinigen, damit wir unsere Herzen füllen mit Rechtleitung Und mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt Und heute werden wir eine wunderschöne Überlieferung hören, die uns festigt Und die uns, biiznillah ta'ala, zu immer besseren Taten verheffen wird Und so überliefert Abu Dawood, rahimuhullah ta'ala, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Einmal zu Mu'ad ibn Jabal sagte Und Mu'ad ibn Jabal war einer der gewaltigen Sahaba Einer, der mit das meiste Wissen getragen hat Er sagte zu ihm, alaihi salatu wa sallam Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk O Mu'ad, bei Allah Und der Prophet, alaihi salatu wa sallam, hat nur geschworen, wenn es wichtig war Er ist der Wahrhaftige, er ist der Vertrauenswürdige Er sagte, ya Mu'ad, wahrlich, ich liebe dich Dann sagte er zu ihm Und das ist eine wunderschöne Art und Weise, eine Nasihat zu beginnen Einen Ratschlag zu beginnen, jemand etwas mitzuteilen Und das Schöne hier ist, dass er zu ihm sagte Er zu Mu'ad sagte, ich liebe dich Es ist überhaupt nichts Besonderes, wenn ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt Ich liebe dich Aber hier war es im umgekehrten Fall Umso gewaltiger war diese frohe Botschaft für Mu'ad ibn Jabal Er sagte, oh Mu'ad, ich liebe dich Vergesst niemals, nach jedem Pflichtgebet Was zu sagen Oh Allah, verhelf mir, deiner zu gedenken Und verhelf mir, dir gegenüber dankbar zu sein Und verhelf mir dazu Dir gegenüber eine gute Anbetung zu vollziehen Allahu akbar Das war das Bittgebet, welches der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Fünfmal am Tag verrichtet hat Wenn du ein besonderes Bittgebet haben möchtest Dieses Bittgebet ist ein ganz besonderes Bittgebet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat das fünfmal am Tag gesagt Und hier ist wichtig, dass wir verstehen, was ist der Inhalt von diesem Bittgebet Er sagte, oh Allah, verhelf mir, deiner zu gedenken Nur ein lebendiges Herz gedenkt Allah azza wa jah Und wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte Derjenige, der jemanden liebt, so erwähnt er ihn oft Und das ist ein Beweis dafür, wenn du Allah azza wa jah liebst, subhanah Dass du ihn oft erwähnst Du hörst Leute Jedes zweite Wort, subhanallah Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar Das, weil sie Allah lieben Weil sie die gesamte Zeit an Allah azza wa jah denken Wenn wir morgens aufstehen, dann sagen wir ein Bittgebet Indem wir Allah azza wa jah gedenken Und wenn wir abends schlafen gehen, dann sagen wir ein Bittgebet Wir sind die gesamte Zeit mit dem Dikr zu Allah subhanahu wa ta'ala verbunden Und derjenige, der Allah wenig gedenkt So hat er Heuchelei in seinem Herzen Weil Allah azza wa jah sagt im Koran Sie gedenken Allah azza wa jah nur sehr wenig Sie gedenken Allah azza wa jah nur sehr wenig Bedeutet, sie gedenken ihn nur, wenn andere Leute dabei sind Aber der Gläubige ist nicht so Er gedenkt Allah azza wa jah die gesamte Zeit Das füllt sein Herz Und das steigert seine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala Und er beweist Allah azza wa jah damit Dass Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Zeit sein Leben füllt Und dann sagte er Und verhilfe mir, dir gegenüber dankbar zu sein Wie wenige Leute sind dankbar gegenüber Allah azza wa jah Was hast du für dein Leben bezahlt? Du sagst mir nichts Aber schau mal, subhanallah Allah hat dir dieses Leben geschenkt Warum dienst du nicht Allah azza wa jah? Warum bist du gegenüber Allah azza wa jah nicht dankbar? Dankbarkeit ist, dass du es mit Taten beweist Und das Schöne ist, wenn du dankbar bist gegenüber Allah azza wa jah Dann wird Allah azza wa jah Und das ist der beste Weg, dass Allah dir noch mehr ermöglicht Wie Allah azza wa jah sagt Wenn ihr dankbar seid gegenüber Allah azza wa jah Werde ich euch noch mehr geben Das heißt, diese Dankbarkeit gegenüber Allah azza wa jah Wird dir weitere Türe öffnen Und daher, wenn du eine gute Tat machst Dann danke Allah azza wa jah dafür Warum? Damit Allah dir noch eine bessere Tat ermöglicht Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben Wenn ihr aber undankbar seid gegenüber Allah azza wa jah Dann ist meine Strafe hart, sagt Allah azza wa jah Dankbarkeit ist nur eine Sache, die die gläubigen Diener haben Und die meisten sind gegenüber Allah azza wa jah undankbar Ja, sogar die Gnaden, die Allah azza wa jah ihnen gegeben hat Diesen Dienern Die Diener bekämpfen Allah mit diesen Gnaden Allah hat ihnen Gesundheit gegeben Sie beten nicht Sie, wal'iyadu billah, laufen zu Orten, die haram sind Sie sprechen mit ihrer Zunge Schlechtes Sie sehen mit den Augen nur das, was haram ist Sie sind Leute, die ihre Gesundheit dafür nutzen Um mehr und mehr an Sünden zu machen Sie danken Allah azza wa jah nicht Und dann sagte er Und verhilfe mir dir gegenüber, ja Allah Zu einer besseren Anbetung Er sagte nicht, dass du mir nur gegenüber dir zur Anbetung verhilfst Zu einer guten Anbetung Denn wie viele Leute machen ihre Anbetung, nur um sie hinter sich zu bringen Und wie wenige Leute machen die Anbetung, damit sie sich Allah azza wa jah subhanah nähern Was für ein Unterschied Ein Unterschied wie zwischen Himmel und Erde Zwischen diesen beiden Leuten Einer Er nutzt diese Anbetung Um Allah subhanahu wa ta'ala seine Liebe zu beweisen Um sich Allah azza wa jah zu nähern Und vor allen Dingen Er will damit Allah azza wa jah zeigen Dass er ein Diener von ihm ist Das was Allah azza wa jah am meisten liebt Dass wir uns zeigen Als arme Diener Die Allah azza wa jah benötigen Die Allah subhanahu wa ta'ala brauchen Und nicht als hochmütige Arrogante Unverschämte Diener Die leider die Mehrheit der Menschen bilden Fünfmal am Tag hat der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Dieses Bittgebet gemacht So lasse das niemals mehr aus Oh Diener Allahs Nach einem jeden Gebet Nach jedem Gebet Bedeutet hier bei meinen Menschen Gelehrten Vor dem Taslim Bevor man das Gebet beendet Und bei anderen nach dem Gebet Und wenn du das vor dem Gebet machen kannst Das heißt bevor du das Gebet abschließt Dann ist das sehr gut Wallahu ta'ala ala wa alam Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh